Hi, ich bin Alexander von BeCoached und ich zeige dir heute, wie du dich bei uns registrierst. Der erste Schritt ist, du klickst oben rechts auf den Registrieren-Button. Danach öffnet sich ein Eingabefeld, wo du erstens die E-Mail-Adresse, ein selbstgewähltes Passwort sowie die Bestätigung dieses Passworts eingibst und danach die AGB bestätigst. Nun klickst du noch auf den Registrieren-Button und schaust danach in deinem E-Mail-Postfach nach. Wir senden dir hier erstens eine Bestätigungs-E-Mail, die du öffnest und hier auf den Aktivierungs-Link klickst. Mit dem Klick auf den Link wirst du wieder zu unserer Website weitergeleitet und hast damit die Registrierung abgeschlossen. Nun können wir uns das erste Mal einloggen. Hier gibst du entsprechend wieder deine E-Mail-Adresse ein sowie dein Passwort und klickst auf Anmelden. Nun vervollständigst du noch dein Profil, indem du erstens deinen Vornamen, deinen Nachnamen sowie dein Geburtsdatum eingibst und hier kannst du noch entscheiden, ob du den Newsletter erhalten möchtest. Danach klickst du auf Speichern. Damit bist du bei BeCoached registriert. Viel Spaß bei BeCoached.